Wir als Cibarco Wiedergut haben die 6% auf jeden Fall verdient, weil wir mittlerweile wieder schüchende Arbeiten, weil wir so viele Aufträge haben und an dem Erfolg, wenn wir natürlich als Arbeitnehmer auch teilhaben. Macht euren Arbeitgeberverband Dampf, wir leisten gute Arbeit, wir machen Jahr für Jahr mehr Umsatz, immer höhere Profite und wir wollen unseren Teil daran haben.